Cleo Straub gibt keiner Ruhe. Hast du heute schon die Nachrichten gehört? Der Koffer ist weg. Nur Frau Straub kann uns zum Koffer führen. Sven? Wolltest du im Ernst mit dem Ding auf mich schießen? Ja. Wir beide suchen das Gleiche. Ich bin gekommen, dir zu raten, das Suchen sein zu lassen. Was willst du, Cleo Straub? Es geht mir um mich. Warum ich bin, wie ich bin. Es gibt wohl noch andere Kräfte, die sie für dich interessieren. Was soll das? Und ich will verstehen. Lass mich dir helfen. Gut. Überleg dir gut, ob es das alles wert ist. Also gut. 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 Gut.